Die Blackwoods Die Mutter sagt, du und Constance, ihr freist Ratten! Constance, du Hexe! Die Leute hier glauben, dass Constance unseren Vater ermordet hat. Es ist eines der großen Rätsel unserer Zeit. Es gibt so etwas wie guten Geschmack. Kennen Sie den Geschmack von Arsen? Was machst du da? Ich habe Vater in seinem Zimmer gehört. Ich spüre, dass er zurückkommt. Mary-Cut, unser Cousin, Charles Blackwood. Er sieht genau aus wie Vater. Wird er bald gehen? Er ist unser Cousin und er geht, wenn er so weit ist. Seine Gegenwart birgt einen merkwürdigen neuen Zauber. Wir haben noch viel vor zusammen. Dieser Stuhl ist der Stuhl meines toten Bruders. Ich werde den Tod in ihr Essen tun und zusehen, wie sie sterben. Er war ein sehr böser Mann, unser Vater. Die Welt ist voll mit schrecklichen Menschen.